Ich würde ja sein Ehreinchen machen. Haben Sie daran gedacht, vielleicht zu verlintern? Ich habe schon immer noch gedacht. Tja. Dann sollten Sie also dafür bewegen? Mh, mh. Du musst dich warten. Nee? Beste, wenn ich so etwas zu sagen, ist, komm dann raus. Grüß dich. Diese Beziehung hat sich nicht so entwickelt, wie ich es mir gewünscht hätte. Das macht vielleicht daran liegen, dass ich Schwierigkeiten habe, die mir gefühlt nicht sprechen, aber Tata ist. Ich finde Sie sehr attraktiv. Nein, nein. Ich hätte herausreden. Ich hätte Ihre langfristigen Männer ausreden können.